Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal über das Thema Geld verdienen sprechen, aber in einer anderen Art und Weise, wie man da jetzt vielleicht vermuten könnte. Nein, wir sind auch nicht auf meinem Parallelkanal Finanzakademie, sondern ich möchte einfach allgemeingültig einmal darüber sprechen, über die enormen Summen, die manche Influencer mit ihren Social-Media-Accounts verdienen und es wird, ich glaube, die Feindseligkeit vieler Menschen gegenüber den Influencern, ich möchte sie jetzt wirklich mal Influencer nennen, weil jeder kann damit, glaube ich, auch jetzt was anfangen mit diesem Begriff, aber natürlich mag auch ich diesen Begriff überhaupt nicht, weil ich es auch nicht gerechtfertigt finde dafür, was der Beruf, den der Influencer ausmacht, auch wirklich impliziert, aber trotzdem möchte ich ihn jetzt einmal so betiteln und möchte einmal mit euch besprechen, ob ich es denn gerechtfertigt finde, dass so viele Influencer so viel Geld mit ihren Kanälen verdienen. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann würde mich das freuen, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video, aber zuvor bitte ich euch, wenn euch mein Kanal und meine Person und meine Familie interessiert, einmal auf den Abo-Knopf zu drücken, das würde mich riesig freuen, mir wahnsinnig weiterhelfen und dafür bedanke ich mich natürlich im Voraus. Dieses Thema ist sehr explosiv, würde ich mal sagen, weil ich das Gefühl habe, dass die Feindschaft, ich möchte das auch wirklich mal so betiteln, in dem letzten Jahr, in dem letzten Jahr wirklich enorm größer geworden ist, was den Beruf der Influencer anbetrifft. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Not vieler Menschen so groß wird, dass sie kaum noch wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Inflation einen großen Schritt in diese Richtung hat beigetragen und auch die weltliche Lage, der wir uns seit drei Jahren ja eigentlich schon befinden, in dieser Krisenlage, die die Menschen dazu bringt, viel kritischer mit ihren Mitmenschen umzugehen und viel kritischer die ganze finanzielle Situation überhaupt auf der Welt zu betrachten. Und Menschen, die ihren Lebensunterhalt vermeintlich einfach verdienen, stehen ganz besonders im Fokus der Anfeindungen. Und ich finde das ungerecht und deswegen würde ich gerne mal wieder einen Stein ins Feuer schmeißen und versuchen, diesen Brand zu löschen. Einfach weil wir Influencer das verdient haben, weil auch die Arbeit, die viele Influencer, ich möchte jetzt mich da überhaupt nicht mit reinnehmen, ja, dann nehme ich mich jetzt mal mit raus, weil weder ist da, kommt da viel rum, sodass man da neidisch sein sollte oder könnte, noch bin ich zu vergleichen mit Menschen, die selbst Experimente machen, mit Menschen, die journalistische Recherche betreiben, mit Menschen, die viel, 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 viel Aufwand in den Schnitt ihrer Videos stecken und die teilweise wirklich, ja, wirklich Stunden und Tage und Wochen damit verbringen, ein Video zu produzieren, überhaupt nicht mit mir zu vergleichen ist. Ich drehe meine Videos ja just for fun und einfach nur, weil ich Lust habe. Und klar, selbst diese Art der Videos ist enorm anstrengend zu drehen und hat einen enormen Aufwand, den ich mir aber selber ja auferlege. Ich muss nicht fünf Videos am Tag veröffentlichen und wenn ich das mache, ist es meine Entscheidung und mein Spaß an der Freude. Aber es gibt ja Menschen, die, und das machen ja die meisten YouTuber, die so viel Geld verdienen, hauptberuflich ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Das ist schon nochmal eine andere Nummer und da steigt natürlich auch die Qualität der Videos, die sie produzieren. Und klar ist aber auch, dass wir natürlich bestimmte Berufe auf dieser Welt unmöglich mit dem der Influencer vergleichen können. Das ist genauso wenig können wir vergleichen den Beruf eines Managers, ja, mit dem Beruf einer Krankenschwester, ja, mit einer medizinischen Fachangestellten oder einem Arzt. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, obwohl ein Arzt natürlich auch im Regelfall ja sehr viel Geld verdient. Aber da hat, glaube ich, jeder noch den Anspruch, okay, der verdient sein Geld, der heilt uns Menschen, der ist im Schichtdienst, der hat viel zu tun, der hat eine enorme Verantwortung. Da ist es, glaube ich, touché, dass man sagt, ja, der hat das verdient. Aber bei einem Influencer, bei einem Menschen, der Videos und Bilder produziert und damit sein Geld verdient, ist da gleich die Hemmschwelle groß, dass man sagt, ob das wirklich so angemessen ist, dass man sich das vergleift. Da ist die Hemmschwelle wirklich sehr gering. Sondern da fällt es einem leicht zu sagen, okay, nee, also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie können YouTuber und Instagramer, TikToker oder wie sie alle heißen, die Plattformen, wie können die so wahnsinnig viel Geld verdienen? Das ist total ungerecht und das ist total an der Wirklichkeit vorbei. Und da müsste man auch den Neid, den ich in mir spüre, zum Ausdruck bringen. Und das finde ich schwierig. Wir können Berufe und wir können berufliche Leistung, die der Einzelne in seiner Sparte vollbringt, nicht auf die Waagschale legen. Was wir machen können und was wir auch machen sollten, ist, dass wir für Berufe, die wirklich dem Menschen dienlich sind, ja, wie Krankenschwester, es heißt ja nicht mehr Krankenschwester, ja, aber Berufe, die Altenpflegerinnen, Menschen helfen, ja, die ihr komplettes Leben quasi, weil das ist meiner Meinung nach so, ja, eine Krankenschwester und einen Arzt und einen Altenpfleger, die geben ihr, die geben ein Stück weit ihres, ihres Privatlebens mit in ihrem Beruf, weil, weil er so viel Herzblut, so viel Empathie braucht, um das auszuüben. Und wenn man so einen Beruf mit dem Leben eines Influencers vergleicht, dann glaube ich, ist das überhaupt nicht möglich, da geldtechnisch in irgendeiner Art und Weise eine Gerechtigkeit zu balancieren. Das funktioniert einfach nicht. Natürlich ist klar, dass eine Krankenschwester und einen Arzt und einen Altenpfleger und welche anderen tollen Berufe ist, Rettungssanitäter und überhaupt Menschen, die sich im Dienste des seiner, ihrer Mitmenschen befinden, dass die ein viel, viel höheres Einkommen verdient haben. Ist, glaube ich, ohne Frage und unbestritten. Aber man darf doch dann die Menschen, die wirklich viel Geld verdienen mit ihrer Arbeit nicht verurteilen dafür. Das ist ja ein ganz anderes Metier. Und jeder Beruf hat sein, hat seine, sein Recht darauf, sein Geld zu verdienen. Jeder von uns könnte den Beruf ausüben, auf den er neidisch ist. Oder wo er sagt, das möchte ich auch erreichen. Dass manchmal auch Glück mit im Spiel ist, dass manchmal auch vielleicht Ungerechtigkeit mit im Spiel ist und vielleicht auch ein wenig Egoismus mit im Spiel ist, wenn man so weit nach oben geht, ist unbestritten. Aber ausüben und selber machen können wir doch alle, ja? Zumindest ein Influencer sein können wir alle. Wir können uns alle hinstellen vor die Kamera, wir können uns alle selber fotografieren, wir können etwas anderes fotografieren, wir können etwas anderes filmen, sei es ein Baum, sei es Natur, sei es uns selbst, sei es das Haustier, sei es unsere berufliche Tätigkeit. Wir können aus allem, was wir im täglichen Leben vorfinden, ähm, Social Media Content selber produzieren. Das kann jeder von uns machen. Das Problem an der Sache ist nur, dass das die allermeisten nicht machen wollen. Aber trotzdem über Menschen schimpfen, die das machen und damit ihren Lebensunterhalt verdienen können und durch ihre enormen Reichweite, die sich im Laufe der vielen Jahre, ja, die meisten YouTuber, die so, oder ich rede jetzt mal von YouTubern und Instagrammer, die, 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 die so wahnsinnig viel Geld verdienen, auf das andere Menschen neidisch sind, die haben sich ihren Ruf, die haben sich ihren Account, die haben sich ihr, ihr beruflichen Werdegang über Jahre aufgebaut, ja? Es ist ja kaum ein YouTuber, der von heute auf morgen Hunderttausende von Euros verdienen kann, sondern er muss täglich und sein, über viele Jahre ein, ein, ein Content aufbauen, den eine große Masse gerne mag. Und das ist nicht einfach. Schließlich verkaufen viele von den Menschen, die ihr auf den Social Media Kanälen seht, ihr Leben, ihre Persönlichkeit, ihre Privatsphäre, sie verkaufen ihre Kreativität, sie verkaufen ihre Fantasie. Und ein Stück weit verkaufen sie auch sich selbst, weil sie ihr Gesicht vor die Kamera machen. In den allermeisten Fällen seht ihr diese Menschen in einem Datenschutzrechtlichen Bereich. Das wollen wir mal nicht außer Acht lassen. Wie wichtig ist uns der hier in Deutschland, gerade Deutschland, ja? Und die Influencer verletzen diesen Schutz auf ihre Daten, auf ihre Persönlichkeit, indem sie mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Person, mit ihrem Sein Geld verdienen. Und das finde ich durchaus berechtigt, ja? Viele, viele, viele Stunden Arbeit haben diese Menschen in ihre Leistung gesteckt und haben letztendlich das Glück gehabt. Das muss man einfach auch, muss man mit sagen. Es ist nicht immer nur können. Es gibt so viele Content Creator, ja, so wie ich es immer nenne, Influencer, die einen wirklich tollen Kanal haben, die wirklich tollen Content produzieren. Viel besser, viel hochwertiger, viel informativer und die verdienen keinen Cent, ja, mit ihrem Dasein. Und trotzdem machen sie es weiter, weil es ihnen Spaß bringt, weil es ihnen Freude bereitet und weil sie mit vollem Elan bei der Sache sind. Und ein anderer stellt sich hin, tanzt dreimal um die Ecke und hat Millionen von Aufrufen. Und da fragt man sich tatsächlich manchmal, das kann doch wohl nicht sein. Aber, ja, wenn wir es denn besser können, wenn wir uns doch auch dreimal um die Ecke drehen können, dann können wir das ja machen, wenn wir darauf neidisch sind, wenn wir den Anspruch haben, hm, die verdienen so viel Geld und wir nicht, dann sollen wir uns doch bitteschön auch dreimal um die Ecke drehen und können dann ja auch so viel Geld verdienen. Können wir eben nicht, weil es nicht so einfach ist. Viel Glück gehört dazu, viel Können, viel Durchhaltevermögen, viel Persönlichkeit und viel Aufgabe von Persönlichkeitsrechten, ja, von Privatsphäre, von einem Leben in der Masse, ohne den Fokus auf sich selbst gerichtet zu halten. Und wenn ich darüber nachdenke und wenn ich bedenke, wie lange solche Menschen ihr Privatleben in die Öffentlichkeit gezerrt haben, ja, meist über zehn Jahre, noch länger, seit es YouTube gibt, dann haben sie es verdient, irgendwann einmal so viel Geld zu verdienen, dass sie davon leben können, dass sie eben nicht von acht und bis 16, 17 Uhr arbeiten müssen, sondern haben sie es verdient, so viel Geld zu verdienen. Klar ist auch, dass auch ein Manager wirklich lange arbeitet, ja, der hat eben keinen Acht-Stunden-Tag, sondern der hat eben meistens vielleicht 15, 16, 17 Stunden, die er arbeitet und schläft vielleicht nur noch fünf Stunden, ja. Auch das darf man ja nicht vergessen. Ich finde, man muss immer den Arbeitsaufwand mit dem Beruf auch in Verbindung setzen, was natürlich auch wieder im Rückkehrschluss bedeutet, dass auch eine Krankenschwester, ein jemand oder eine Altenpflegerin den Anspruch darauf haben darf, viel mehr Geld zu verdienen, als sie es tun. Aber da kann ja der Influencer nichts dafür, dass man ihm Feindschaft und Neid entgegenbringt. Auch der Influencer hat das Recht, Geld zu verdienen mit der Reichweite, die er sich meistens mit ganz viel Mühe und mit ganz viel Arbeit und viel Abgabe seiner Persönlichkeitsrechte in die Öffentlichkeit verdient hat. Neid ist sowieso etwas, was uns nicht weiterbringt. Neidisch oder Ungerechtigkeit zu empfinden für etwas, was so ist, wie es eben in der heutigen Lebenssituation sich darlegt, können wir im Moment nicht ändern. Was wir ändern können, ist viel mehr Aufmerksamkeit auf die Berufe zu lenken, die es wirklich verdient haben, mehr Geld zu verdienen. Dafür können wir Briefe schreiben, wir können vielleicht demonstrieren, wir können vielleicht uns einsetzen für solche Menschen, indem wir ihnen helfen, indem wir ihnen psychischen Beistand geben. Aber neidisch und feindselig auf Menschen zu blicken, die viel mehr Geld verdienen, uns das in den Vergleich zu setzen, ist auch nicht richtig. Das ist auch ungerecht. Da wollte ich einmal drüber sprechen. Das ist so mein persönliches Anliegen, weil es so oft unterschätzt wird, was es bedeutet, wenn man viel Geld mit Influenzen verdient und bis man dahin gekommen ist, was das an Mühe, an Arbeit, an Zeit und an eigener Lebensaufgabe gekostet hat. Davon kann ich ja nur selber auch berichten. Ja, und bei mir zahlt es sich nicht aus. Ja, aber das ist auch nicht mein Anspruch an den Beruf. Aber wenn man das Glück hatte, so wie ich, zu starten mit Freude an der Sache und das machen ja, würde ich mal behaupten, die allermeisten, die damals vor vielen Jahren mit YouTube angefangen haben, wenn die das Glück haben, irgendwann eine solche große Community aufgebaut zu haben, dass sie davon tatsächlich ihren Beruf und noch viel mehr oder ihren Lebensunterhalt mit und noch mehr damit bestreiten können, dann ist das gerechtfertigt. Und auch das muss anerkannt werden als Arbeit und als ein Beruf. Und ich kämpfe immer wieder dafür, dass wir und das, was wir tun, als ein Beruf angesehen wird und nicht sofort, was machst du denn? Ja, Social Media. Ah, bist du Influencer? Ja, dass wir da sofort in eine Schublade gesteckt werden und uns vorgeworfen wird, dass wir den ganzen Tag nur faul auf dem Sofa liegen und mit unseren wenigen Drehs, die wir machen, enormes Geld verdienen. Da kann man dann wirklich immer nur wieder den Anspruch und die Forderung dran stellen, dann mach das doch. Und wenn ich das dann sage, wenn ich das mal so einem persönlich sage, die Gelegenheit habe, das persönlich jemandem zu sagen, dann wird mir gesagt, nö, sowas würde ich nie machen. Ich stelle mich doch nicht vor die Kamera und mache mich zum Affen. Entschuldigung, das ist ja genau das Ding. Das würden eben nicht so viele Menschen machen. Und die wenigen, die das im Vergleich zur Anzahl der Menschheitsgeschichte machen, haben dann auch es verdient, wenn sie das Glück haben und viel Geld damit verdienen können. Und wollen wir ehrlich sein, das sind die wenigsten. Ganz viele können sich höchstens ein Taschengeld damit verdienen, wenn überhaupt. Ja, auch das ist schon großes Glück. Ja, weil auch da braucht man, um ein Taschengeld zu verdienen, schon eine ganze Menge an Reichweite, weil sonst kannst du vielleicht mal einen Werbespot drehen. Aber der nächste klappt ganz bestimmt nicht so gut, weil die wenigen Zuschauer, die man sich aufgebaut hat, schon mit zwei Werbespots so genervt sind, dass sie sofort wieder wegklicken, weil sich da noch gar nicht so eine gefestete Community hat aufbauen können. Das ist so das, was ich einmal sagen wollte. Und deswegen finde ich es auch gerechtfertigt, dass Influencer auch mal Werbung machen. Ja, weil viele können eben von den reinen YouTube-Einnahmen, die man so generiert oder Twitch-Einnahmen oder TikTok-Einnahmen gar nicht leben und können sich auch kein Taschengeld damit verdienen. Da müssen sie schon auch mal eine Werbung, einen Werbespot mit reinlegen. Und wenn sie als Influencer davon überzeugt sind, ja, wenn sie diesen Pulli, den sie bewerben, toll finden oder wenn sie dieses Getränk, was sie bewerben, gut finden, warum kann man dann nicht ab und zu mal einen Werbespot auch dafür machen? Das finde ich überhaupt nicht verwerflich, denn schlussendlich wird uns durch YouTube andauernd Werbung in unsere Filme eingespielt und die können wir nicht mehr beeinflussen. So hat man dann ja noch mal die Gelegenheit, dass man sich das aussuchen kann. Wofür mache ich denn konkret mit meiner Person, mit meiner Stimme und mit meiner Handbewegung Reklame? Und klar, wenn man da nicht hinter steht und wenn man meinetwegen ein Produkt bewirbt, wo man schon weiß, dass das Kacke ist, dann ist das ja letztendlich auch ein Selbstbetrug. Und ich muss aber sagen, dass die meisten YouTuber, die ich so kenne, das niemals machen würden. Sie haben ein schlechtes Gewissen. Was sie vielleicht machen, ist, dass sie etwas mehr Werbung in ihre Videos packen als unbedingt nötig und das so ein bisschen schwammig präsentieren, indem sie diese Produkte testen und indem sie sie dann eventuell zeigen, vorführen, wie funktionieren sie, wie performen sie. Aber das ist ja letztendlich auch etwas, was wir als Konsumenten sehen wollen. Ich kann euch mal so aus der Beauty-Branche so ein bisschen berichten, dass die meistgeklicktesten Videos meiner Erfahrung und meiner Beobachtung herzufolge, die sind, wenn ich eine neue LE heraus, die herausgebracht ist, wenn ich die teste, ja, ich renne meinetwegen in die Drogerie und hole mir die neueste von der bestimmten Marke und teste sie. Und das sind Neuheiten, die herauskommen in der Kosmetik-Branche. Ja, eine neue Creme, eine neue, hast du nicht gesehen, diese Videos werden am meisten geklickt, ja, und Drogerie-Test-Videos, ja, neue Dinge, die die Kosmetik-Industrie auf den Markt bringt und die YouTuber testen. Das sind Videos, die wirklich gut ankommen und mit denen dann wieder die YouTuber richtig viel Geld verdienen. Und das finde ich bedenklich, ja, weil dann hast du ja sozusagen deinen Markt, den du sehen willst, schon selbstbestimmt. Du willst nämlich als Zuschauer Werbung sehen für das Produkt, für das du dich interessierst. Woher willst du denn wissen, dass das Produkt, was die YouTuberin, ich will sie jetzt mal mit weiblich betiteln, weil das ja ein großer Teil der Branche auch ausmacht, die Beauty-Videos machen, dass diese YouTuberin den Lippenstift oder die Wimperntusche oder Foundation, was auch immer, dass sie die wirklich gut findet, wenn sie die präsentiert, ja. Weil diese Foundation, diesen Lippenstift, diese Marke, die sie dort als Neuheit präsentiert, hat sie oft zugeschickt bekommen und wird mit Sicherheit das nächste Mal keine zugeschickt bekommen, wenn sie ständig diese Produkte kritisiert, ja. Klar, nun werden wahrscheinlich wieder Briefe kommen, doch, dann natürlich, wir sind unabhängig und wir schicken auch, wenn es negativ ist, ja, wenn du so ein bisschen kritisch so schwammig formulierst, schon. Aber wenn du echt sagst, nee, also diese Marke finde ich doof, also jedes Mal probiere ich da was aus und ich finde es in den 90% aller Fälle nicht gut, kann mir nicht vorstellen, dass die Marke dann auch immer die Produkte umsonst an diese YouTuber schickt. Nun müssen wir natürlich auch nochmal sehen, dass Produkte natürlich nicht umsonst sind, sondern das muss ja nachher zum Verkaufspreis auch wieder versteuert werden. Das vergessen viele Neuinfluencer, dass eben zugeschickte Markenware nicht umsonst ist, ja. Das ist ein Trugschluss, sondern den musst du am Ende deines Jahres auch wieder als Einnahme versteuern. Aber trotzdem ist es ja etwas, wo man sagt, dafür musste ich jetzt erstmal kein Geld ausgeben, sondern das kann ich am Ende vielleicht verrechnen mit einer Arbeitsleistung oder ähnlichen. Also da muss man dann ja, kann man ja dann auch wieder das alles vom Steuerberater so hinmachen lassen, dass man da eventuell dann doch noch einen einputt, dass man da doch noch positiv rauskommt. Ich kenne mich da nicht aus. Aber letztendlich sind das ja alles, sind das ja alles Trugschlüsse. Wir wollen als Konsument Werbung sehen. Ganz egal, was wir da auch sagen. Ja, wenn ich mich für eine Foundation interessiere, ist das Erste, was ich mache auf YouTube, gucken, was haben meine Kolleginnen in meinem Alter mit meiner, mit meinen Falten, mit meiner faltigen Haut denn da schon drüber berichtet. Ja, wie finden Sie das? Sonst bräuchte ich ja kein Geld dafür ausgeben. Schließendlich, also 5, 6, 7, 10 Euro, gerade ins türkische Grutsch, hat keiner von uns mehr übrig. Ja, da wollen wir dann natürlich auch die Leistung abrufen, die das Produkt verspricht. Und da glauben wir viel mehr uns Influencern als vielleicht einer klassischen Werbung zwischen zwei Filmen, die wir so im Fernsehen dann angucken. Weil da ist es ja klar, also wir bekommen eine Werbung gezeigt, die in Auftrag gegeben wurde für das Produkt. Und an den Influencern haben wir dann ja immer noch den Anspruch, hm, der könnte ja auch ehrlich sein und man sieht es ja auch letztendlich. Nee, du siehst gar nichts. Wenn ich die Kameraeinstellungen so bearbeite, dann siehst du auch eine schlechte Foundation als gut. Ja, ich brauche da nur ein paar Kameraeinstellungen und im Schnitt dran rumfummeln. Dann hast du eine glatte Haut oder eine wunderschöne Gesichtshaut, ohne dass du siehst, wie die in die Poren sich absetzt oder wie ungleichmäßig sie auf der Haut hat, ja. Aber natürlich haben wir den Glauben an einen Influencer, zu dem wir eine Verbindung aufgebaut haben im Laufe der Jahre, dass der Influencer auch die Wahrheit sagt. Und ich möchte mal davon ausgehen, dass die meisten von uns das auch machen, weil sonst verlieren wir ja auch unsere Community. Aber man darf das auch nicht verkennen, denn auch die Influencer haben am Geld natürlich zu knapsen, wie wir alle. Und auch da muss man sagen, dass da dann vielleicht doch ein bisschen das Ganze schöner geredet wird, als es eventuell wäre, wenn man selbst dafür sein Geld ausgegeben hat. Wenn ich selbst in die Drogerie gehe, mir selbst das Geld kaufe, das Produkt kaufe und es dann auch nachher nicht absetze bei der Steuer oder Ähnlichem, sondern wenn ich es als Privatmann halt mache und ins Internet setze. Nur davon sind wir natürlich weit entfernt, ja. Das gibt es ja nicht mehr. Die meisten Leute kaufen sich Produkte, weil sie damit Geld verdienen und das dann zeigen im Internet. Das ist ja eben der Influencer. Und wenn wir glauben, dass Influencer immer eine neutrale Arbeit abliefern und eine neutrale Meinung zum Besten geben, dann sind wir da ja auch im Trugschluss. Das ist zumindest so meine Beobachtung und mein Glaube daran. Und jetzt wollen wir mal auch ganz ehrlich sagen, dass ein Kosmetikprodukt sowieso schon mal von vornherein gar nicht so bei dir aussehen kann, wie es bei der Kollegin im Internet ist. Jede Haut ist anders. Jede Haut hat andere Ansprüche. Jede Haut hat andere Aufnahmekapazitäten. Es ist total abhängig von der Umgebung, in der man sich befindet. Vom Wetter, von der eigenen Hautstruktur, von so vielen seelischen Geschichten, die man hat. Und da kann man sowieso nicht sagen, also bei der sieht das toll aus, bei mir hundertprozentig auch. Das werdet ihr ja sicherlich auch schon oft bemerkt haben, wenn ihr ein Produkt nachgekauft habt von einer Influencerin, die das empfohlen hat. Also letztendlich bestimmen wir als Zuschauer das, was wir auf Social Media zu sehen bekommen. Ja, das, was ihr wollt, zeigen wir als Influencer in der Regel. Ich möchte mich jetzt mal ausnehmen, weil ich ja tatsächlich nur das mache, was mir Freude macht. Ich nehme keine Kooperationen an und mache auch keine Werbung für irgendwelche Dinge. Also insofern alles, was ich zeige, auf meinem Kanal habe ich selbst gekauft und setze ich auch nicht irgendwie ab oder so. Also insofern würde ich mal sagen, dass man da schon richtig glauben kann. Aber ich habe es auch lange aufgegeben, irgendwelche LEs zu kaufen, irgendwelche Kosmetikprodukte zu kaufen, die gerade in sind oder die gerade neu herausgekommen sind, dass ich da hinterher spute und das unbedingt haben möchte. Klar, ab und zu packt es mich nochmal. Ich habe ja jetzt auch gerade mich auf die Suche wieder begeben nach dem neuen Trended Up, nach der Foundation oder nach einem Andrei Brightener, den ich so toll fand, weil wieder viele Influencerin gezeigt haben. Manchmal komme ich da auch, dass ich sage, okay, dass wir jetzt auch unbedingt ausprobieren und einmal mit euch austesten. Ich bin ja auch nur Frau, ja. Aber dass ich das jetzt so regelmäßig mache, dass ich jede LE mitnehme und alles kaufe und alles in die Kamera halte und jedes Paket mitnehme und jeden Adventskalender in die Kamera halte, das ist schon lange passé und da habe ich auch keine Lust mehr zu, weil es einfach auch gar nicht mehr in Relation dazu steht, zu dem, was es dann letztendlich an Klickzahlen bringt. Aber wenn man natürlich erfolgreich ist, ein erfolgreicher Beauty-Influencer ist, dann ist es klar, dass man sich auch mit diesen Dingen beschäftigt. Ja, wenn ich gemerkt hätte, dass bei mir das so gut ankommt, dass sich das mit den Klickzahlen meiner Videos rechnet, dann würde ich das wahrscheinlich auch wieder machen. Ja, nur bei mir ist es eben so, dass ich wahrscheinlich so unprofessionell dann auch rüberkomme in den Videos, dass das dann auch nicht angeschaut werden möchte. Oder dass es vielleicht, der Markt schon zu gesättigt ist. Ja, es gibt ja zwei, drei, vier Frauen in meinem Alter, die das machen und auch sehr erfolgreich machen. Und dann da noch rein zu grätschen ist schwierig. Das würde eher klappen, wenn man jünger ist. Und auch da ist der Markt schon sehr gesättigt. Also ich hatte da jetzt nicht so Lust, da unbedingt wieder reinzugehen. Aber ab und zu kriegt ihr auch nochmal ein neues Produkt in der Kamera. Aber guckt mal auf meinem Kanal. Das ist echt schon ewig her, dass ich das gemacht habe, weil ich einfach auch, ja, ich so ein bisschen mir denke, nee, also man muss nicht für jeden Kram, der da neu rauskommt, so viel Geld ausgeben. Ich bin da so ein bisschen auf dem Minimalismus-Pferd geritten in den letzten zwei Jahren. Und ich finde das auch ganz gut so, dass man da nicht immer alles kauft, sondern erst mit den Ressourcen umgeht, die man zu Hause hat. Aber wollen wir zurückkommen zum eigentlichen Thema. Influencer haben es sehr wohl verdient, auch viel Geld zu verdienen. Genauso wie es Ärzte verdient haben, viel Geld zu verdienen. Ja, es gibt ja fleißige Ärzte, sehr karrierebewusste Ärzte, die enorm viel Geld verdienen. Und es gibt eben auch enorm gut verdienende Manager und es gibt enorm gut verdienende Influencer. Es gibt aber auch genauso Ärzte, die eben nicht so viel verdienen. Es gibt genauso Influencer, die nicht so viel verdienen bis gar nichts. Und es gibt eben auch Manager, die nicht so viel verdienen und die trotzdem Spaß an ihrem Beruf haben und auch sehr viel geleistet haben, um da hochzukommen. Im Grunde genommen haben wir es selbst in der Hand, genau das zu arbeiten und genau damit unser Geld zu verdienen, womit wir es möchten. Wir haben alle die Möglichkeiten und Neid auf Influencer zu haben, ist völlig daneben. Denn wenn man neidisch ist, sollte man statt dem Neid auf diese Person oder auf diesen Berufsstand nachzugeben, sollte man versuchen, es selber zu machen. Ja, tu es gleich, mach es nach, denn Influencer sein kann man gut nachmachen. Man kann gut gucken, wie haben die anderen das gemacht. Man kann lernen, man kann seine eigene Marke herausbilden, man kann sich selbst influenzen und createn. Und das kann jeder. Jeder Mensch hat Fantasie. Ja, auch wenn man sagt, ich habe keine Fantasie, ich kann das alles nicht. Jeder Mensch kann alles. Ich könnte auch alles, ja, wenn ich das machen würde, wollen würde, kann ich alles. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen an sich arbeitet und an seiner Denke arbeitet und den Neid und die Missgunst, die man für andere Menschen empfindet, in Produktivität umwandelt, würden wir alle wirklich sehr gut verdienende Leute sein und würden alle gut verdienen. Weil wenn jemand mit ganz viel Fleiß und mit ganz viel Elan arbeitet an dem, womit er Spaß hat und was er wirklich auch erreichen möchte, dann können meiner Meinung nach so 70 Prozent aller Menschen das auch erreichen und ihre Träume verwirklichen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. War mir mal so ein Wunsch, mal wieder darüber zu sprechen. Bis bald. Tschüss.